Was ist denn der andere da? Sie gehen ohne Waffen, okay? Du kannst die kleine Puppe da auch wegmachen. Das kann ich machen? Die Puppe haben wir ja nicht angebrannt. Stimmt. Geht nicht, oder? Geht nicht. Kann ich sie wenigstens wegwerfen? Ernsthaft? Ich kann sie nicht aus dem Inventar schmeißen? Warum nicht? Das ist total geil. So, jetzt fragt sich, welche Pistole hatten wir denn? Die hier, ne? Brauchen wir den Arm nochmal? Bestimmt. Zum Zusammenpuzzeln wahrscheinlich. Was hatten wir davon noch? Ich weiß, wer hatten die Chemikalie mit? Die Schlüssel. Schlüssel. Schlangenschlüssel steckt ganz unten. Jetzt nicht mehr. Und da ist noch der Kräenschüssel, aber für den brauchen weiß ich nicht. Ich nervte eher, dass ich hier den... Die Püpe. Die blöde Püpe. Ich glaub, die können wir jetzt hier rauswerfen, oder? Ja. Kannst du sie nicht in die Hand nehmen? Vielleicht brauchen wir den... Oh. Gerade das Versuchsgeländes. Vielleicht müssen wir sie doch erstmal wegbrennen. Aber dann haben wir die Feder. Mh, ja. Doch. Ja, die ist dann auch in deinem Inventar. Und dann... Nur die kommen wir dem an die Hand. Mee! Es geht nicht mehr! Super, jetzt rennen wir hier mit dem Puppenfinger rum, oder was? Toll. Kann jetzt hier nichts mehr machen in dem Raum. Äh... Gehe. Nehmen wir's mit der normale Munition, ja. Oh, die Kurbel brauchen wir. Kannst ins End nochmal zurückgehen. Oh. Und somit wäre alles wieder voll. Nein, eins nicht. Nicht schon. Äh, vielleicht nicht. Doch. Äh... Ah. Ui! Ui! Stand da nicht eigentlich Pistolen-Munition? Nee. Doch. Und können wir denn die nicht reinladen? Achso, wir haben ja schon 10 Schuss voll. Ja. Ich komme mir. Z2C-Set. Du, hier wird noch irgendwas sein. Quatsch. Pum-tot. Warum sind wir denn so blutverschmiert, wenn alles gut ist? Da ist ne Kiste. Ach, verdammt. Weißt du, was ich vergessen hab? Das Messer. Und die Kisten aufzumachen. Aber vielleicht sollte ich aus... Vorsicht die Dinger lieber aufschießen. Ich kann das nur benutzen. Äh. Du stellst doch Medizin her. Das geht. Jetzt kannst du dir einsammeln und wieder Medizin herstellen. Das stimmt. Hoppala. Ich weiß, wir haben noch Schießpulver. Aber wir wollten eigentlich nur die verbesserte Munition herstellen. Lass mir mal mein Knie runtergehen. Kann ich gleich mal probieren? Hm, die Taste geht nicht. Die Maustaste. Popp. Ha. Süß. Sieht aus wie Kaugummi. Mh. 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 Vor allem, dass das jetzt wirklich noch nicht weggerottet ist, ne? Hast du die Kugel mitgenommen? Ja. Also welche Kugeln? Oh, oh. Kugeln? Kurbel. Ach, Kurbel. Ja, die nimmt automatisch nochmal mit. Sie ist weg. Sie ist explodiert. Ich wusste es doch. Oh. Also. Oh, ho. Oh, ho, ho. Na, wir sind dann hier gleich. Huh. Mit dem letzten Schuss. Da kommen noch mehr, warum bleib ich nicht weg? Vielleicht kommen wir unendlich Man weiß es ja nicht Ich bin immer etwas, sieht irgendwie aus wie ein Baum, oder? Ich bin immer etwas unruhig, sobald der Kopf noch dran ist Wo kommt er denn her? Uh Hallo Wir müssen doch Munition sparen Mit dem Messer kann ich jetzt erstmal schnell Das wäre gemein gewesen, wenn die jetzt explodiert wäre Wir müssten aber langsam mal an sein Ende sein So lange kann das später eigentlich gar nicht gehen Mich nervt, ich will auch nicht speichern Mich nervt das jetzt übrigens, dass wir diese scheiß Puppe mitschleppen müssen Ist doch ein Spiel Bug, oder? Aber das steht doch jetzt verschieben Warum ging das vorher nicht? Du hast nicht geguckt Vorher Aber ich hab doch immer F gedrückt und dann müsstest du eigentlich rüberschieben So, egal Nein, F ist nur okay Und ich rüberschiebe Erst bewegen Steht da Oh Aber jetzt hier, ja? Achso, das Mit F muss ich bestätigen und nochmal öffnen, dann steht das rüberschieben Hm Egal, jetzt sind wir als Drecksdinger los Dann können wir jetzt Woll ich hier nochmal was mitnehmen So Schießpäuble Sagt da nicht noch was auf dem Boden? Ja Auf dem Boden? Rechts Ach, ne, doch Ich nehm lieber die Shotgun Die ist ein bisschen effizienter Wenn das mal keine Falle ist, dann wusste ich auch nicht So Gucken wir uns nochmal um, nicht, dass wir Ich hängst ja in den Mantel, oder? In den Typen Es gefällt mir alles nicht Ah, die alte, ey, die geht mir so auf Warum macht er die als erstes los? Die will ihn doch gleich wieder umbringen Zoe? Zoe, ich Nicht jetzt Wir haben keine Zeit Hast du beide Materialien? Ja Das sollte genug sein Wenn wir es schnell genug herstellen Mein Vater und Lukas sind nicht weit weg Er kommt Daddy kommt Wir haben doch Daddy getötet Drei Mal Ich halte die Tür Was machst du denn da? Wenn wir das Serum hergestellt haben, was dann? Außen ist ein Boot Damit fahren wir durch den Sumpf Aber Keiner von uns beiden wird ohne Serum weit kommen Warte nur Hey Eins davon ist meins Was ist denn das? Zoe Klapp deinen Arsch zurück ins Haus Auf dich Überhege ich dich später Bei den Sumpf Auf dich Auf dich Auf dich Auf dich Oh Äh Äh Ich bin Auf dich Oder Ich bin Sieht auch so aus, als wäre ich nicht das erste Mal, dass er irgendjemanden mit seiner Scheiße belastet hier. Aua. Mach leben, mach. Ach so. Du bist so klein, als wäre ich. Warum brennt denn jetzt das Haus auf einmal? Wo ist das letzte? Wo ist denn das andere Auge jetzt? Da fängt er. Da. Nein. Da fängt er. Da fängt er. Da fängt er. Hängt er oben? Das Schwanz? Ne, ne, jetzt. Dein Liebes kann in einer Pisse mehr. Da fängt er. 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 Ich darf nicht. Da fängt er. Ich darf nicht. Da unten? Oder das genau unter dem anderen? Genau. Nein. Wo er gerade sich lang schrieb. Da ist. Das heißt. Und das trägt sich nur manchmal weg. Ist das schon anfang? Ich darf schon anfang werden. Ich darf nicht. Dann fang er. Ich darf nicht da fangen. Ich darf nicht dazu sein. Ich darf schon anfang. Ich darf nicht. Ich darf nicht. Hat der gerade schon nicht geklappt, oder? Den hatte ich ja genommen, den hier. Wenn er jetzt hochbrettert... Da ist es, da ist es, da ist es! Aha! Das war die gute Munition. Warum? Ich versuche hier irgendwo auszupacken. Hey, die Kisten spawnen neu. Ja. Das ist ja wieder da. Ich habe keine Ahnung! Es fehlt eins, oder? Ich sehe kein anderes Auge. Doch, da! Ja, das meinte ich, das unten. Der ist genau drunter. Das meinte ich. Wenn er jetzt hochklettert, muss ich nur runterspringen? Ja. Nur. Das ist ja eine Sportbrette. Du hättest die Antwort, du dich zu trinken, Eggie! Nein! Ich bin runtergefallen. Ich hab das gemerkt. Kein Problem! Ich kann einfach hier wieder hochbrettern. Das wäre nichts gewesen. Ja. Ich bin jetzt... Ich bin jetzt bei ihm. Ja, ich bin jetzt... ...und jetzt aber, oder? Ja. Come on Oh fuck Nu Jetzt habe ich alles gesehen Komm nicht an die Kiste ran Was war denn das? Oh Gott Hier lang Nutz das Seeraum an ihm Du willst, dass ich ihn heile? Das will sich nach Total Shit, eine Ladung verschossen Oh 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 Bis zum nächsten Mal.